Iggy's Heartburn Fire Plant. Let's go! Was ist da drin? Wenn ich mal fragen darf. Power Up. Oh, der Eisker. Geht's dir sonst noch gut, oder? Der spuckt Feuer, die Pflanze. Wie kreativ und geil ist denn das gemacht, Mann? Ist ja ultimativ geil. Kann man sich ja auch mal merken. Ja. Ja. Ja.